Die Dschungelkamp-Diät hat bei Tessa Bergmaier, 33, ordentlich eingeschlagen. Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin wagte sich Anfang des Jahres in den australischen Busch. Dort warteten auf sie jede Menge Challenges, Drama und Hunger. Immerhin ist die Reality-TV-Show nicht dafür bekannt, dass die Teilnehmer dort zunehmen. Der Gewichtsverlust durchs Dschungelkamp macht sich bei Tessa bis heute bemerkbar und zwar in ihrem BH. Im Bild-Interview verrät die Veganerin jetzt, sie habe im Dschungel 4,5 Kilo abgenommen, darunter litt auch ihr Dekollte. Ich hatte vorher Körbchengröße B, jetzt trage ich A. Die Brust ist wirklich geschrumpft. Als ich die erste Dusche nach dem Dschungelkamp genommen habe. bis jetzt ist die Beginning derписen rollersi the ideal. Ich Ill take two Dschungelkamp-Dschungelkamp mit einem Scharen-Dschungelkamp Die Brust ist einamentos größer, so baj wurde es vor wie das heißt. Untertitelung des ZDF, 2020